Hi YouTube, was geht ab? Ich habe letztens das neue Star Wars Game gezockt und ich sag mal, es war sehr, sehr schwer. What? One-Shot? Wenn euch das Ganze also gefällt und ihr wollt mehr Folgen davon sehen, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare und jetzt viel Spaß mit dem Video. Alright, yeah. Es ist gut optimiert für PC, habe ich gehört. Das Intro leckt. Alright. Oh mein Gott. Wir kommen zum wichtigsten Part von diesem Scheiß-Game. Auf welcher Schwierigkeitsstufe spielen wir das Ding? Spielende, die ein Abenteuer mit geringfügiger Forderner kämpfen wollen. Wieso? Da steht doch Spielende. Ach! So! Spielende! Oh mein Gott. Digga, jetzt macht der Satz viel mehr Sinn. Ja, ich zocke auf Großmeister. Alright, dann hoffen wir mal, dass wir mehr als 30 FPS haben. Alright, da war schon der erste Lag. Genau. Ich finde, die sollten auch bei so Story-Games anfangen. An der Seite so Subway-Surfer und eine Seife schneiden und so mit einzufügenden Family Guy. Hab jetzt schon keine Aufmerksamkeitskunde mehr. Hey, Jungs, ihr müsst noch kurz warten. Eine Sekunde, ich öffne noch mein Sushi. Aua! Ey, ein Sushi noch schnell. Der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Oh. Oh, was ist jetzt los? Digga, ich sehe aus wie To Marry. Hey, Leute, heute bauen wir den Biggertisch, der rund ist, zusammen. Alter, BD! Bro, ich habe ihn voll vergessen! Alter, Playboy! Äh, warte noch ganz kurz. Senator, Sie müssen noch kurz warten. Wo zum Fick ist LT? Hier. Boom, easy! Zack! Und Kaboom! Alright, easy! Easy! Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng! Fast halten! Woo! Ja, wir gucken mal. Der erste Teil ist auch so schön. Ich überlege, ob ich das Game... Ja, was habt ihr für Aim, Junge! Bro, ich bewege mich nicht mal! Dicker, wohin? Achso, yo, 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 achso, auf einmal, oder? Ey, ihr Versager, was geht ab? Hehehe, seid ihr scheiße! Oh, ist das hier, ist das hier Checkpoint? Ja, ne? Ist das wie in Dark Souls einfach? Und alle Gegner respawnen. Ja, es ist genau wie in Souls, okay. Cool, dass du Star Wars Defaults Unleashed aus 2008 spielst. Die Grafik damals war so gut. Ja, wie können wir da hin? Ich meine, wir springen mal in die Richtung. Ah! Was hat er gesagt? Gehen wir nach unserer Schicht noch einen abmelken? Einen Happen essen? Oh, ich hab verstanden, einen abmelken. Moin! Tschüss! Okay, das war der erste Tod, den wir hatten, Chad. Die anderen zählen nicht, die anderen zählen nicht. Das hier ist der erste richtige Tod. Äh, ne. Guck mal, das hier ist kein Tod, Chad. 500 Meter in den Abgrund stirbt man nicht, sagst du? In dem Game hier nicht, Chad. Ah, wir sind eher. Habt mich, Verräter. Moin, Jungs. Ey, mach jetzt nicht so, Bruder. Mach nicht so. Oh! Plot Twist! Bruder, im Tutorial stuck. Wer zum Weg ist das? What? Digga, wie komisch ist er gerade gelaufen, bitte. Bro, er kann nicht so einen epischen Saver machen und dann so laufen. Watch this, watch this, Chad. Das wird insane smooth jetzt. Easy. Dicke, er hilft einfach nicht. Aua! Ich fühl mich schwach, bitte. Okay, ich bin nicht gestorben, Chad. Ey, ihr Versager. Easy. Okay, Kevin spielt also den entspannten Schwierigkeits-Card. Warum zählen dann Leute hier die Tode? Ruhe, bitte. Oh! Warte mal. Aua! Hallo. So. Drücke LS und R2, um die Gegner zu verlangsamen. Okay, machen wir. Oh! Was ist das? Das ist ja über-OP. Digga, hä? Okay. Ein Level ab! Easy! Ey, die sind übrigens nicht Totsche. Die schlafen nur. Für die Leute, die hier ein bisschen jünger sind. Oh, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ah! Das hier ist der zweite Tod erst. Was für neun, Junge! Ey, was mache ich gegen den Typen? Ich check's nicht. Ja, benutze ein Sim. Du Vollpfosten. Ich hab keinen. Aber danke für den geilen Tipp, Mister. Ich renne in die Explosion rein. Digga, auf einmal Trackmania Nations hier, oder was? Was geht denn jetzt hier ab? Abkürzung? Ah, nee, okay. Das ist so ein Seil, mit dem wir uns schwingen können. Check. Woo! Ich hab das Gefühl, wir sollen hier runter. Ja. Oh mein Gott. So smart. Ich glaub, ich muss jetzt einmal außen rumlaufen. Kann das sein? Da kommst du her. Ja, ja, aber ich bin doch mit dem Seil woanders hingegangen. Check dir. Ich muss einmal außen rumlaufen. Ich hoffe, dass wir heute noch den ersten Boss sehen, oder sowas. Das wär fucking awesome. Du schaffst ihn doch eh nicht. Also wofür? Ruhe, bitte. So, alright. Und jetzt müssen wir, wenn wir hier sind, das Seil greifen und hier oben ran. Du kleiner Bastard mit dem Jetpack. Sag mir doch, wo es hingeht. Das ist der Weg. Was ist der Weg? Das ist doch der Weg. Was ist der Weg? Das ist der Weg. Was ist der Weg? Ihr könnt auf die Frage, was ist der Weg, nicht schreiben. Das ist der Weg. Bro. Dem Seil. Aber, also, okay. Dann gehen wir nochmal den Weg. Wir müssen halt unbedingt heilen. Ich bin auf einem HP. Wenn jetzt hier ein Gegner kommt, ist es over. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, okay. Ich bin selber mein größter Gegner. Ja, Freunde. Wir werden dieses Game nicht durchspielen. Ich werde es niemals schaffen. So, wer jetzt lacht, äh, wer, ähm, wer lacht. Was? Was? Bro. Willst du mir sagen, von hier kann ich springen, aber da, wo ich gerade geschwungen bin, ist kein, es geht nicht? Bro. Stopp. 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 Es macht überhaupt keinen Sinn, Bro. Es macht keinen Sinn. Was zum Fick? Du kannst jetzt aufhören, fürs YouTube-Video zu pretenden. Bro. Ich pretend nicht für irgendein YouTube-Video, okay? Falls ihr das hier gerade auf YouTube schaut, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, by the way. Ich lasse nicht zu, dass du mich eliminierst. Junge, ey, ich lasse mich nicht mal gleich die Fresse, ey. Kill, kannst du mich hören? Kill, kannst du mich hören? Nein, ich bin tot, du Vollidiot. Mach doch bei der ersten Treppe, B-Idiot. Vielleicht kannst du den Port dann skippen und wir kommen mal voran. Ruhe, bitte. Okay, jetzt erklärt mir, wo ich hier lang muss. Hä, also doch. Okay. Gut, dann haben wir gerade 15 Minuten verloren, weil ich anscheinend nicht hoch genug gesprungen bin. So. Allredo. Dicker, hä? Da ist ein Schlitz in der Ecke. Bro, wollt ihr mir sagen? Den habt ihr auf Anhieb gesehen? No way. Niemals. Niemals. Nein, habt ihr nicht. Shut the fuck up, shut the fuck up. Keiner von euch hat den gesehen. Nein, shut the fuck up. Wer ist er? Ah, cool. Oh, Bossfight? Oh, Pogchamp. Dicker, selber wertlos. Easy. Der Typ mochte dich wirklich nicht. Du hast uns zum Senator gebracht. Klingt halt voll, ja, meiner. Ist das so BD? Nee, nee, nee. Boop, boop. Dicker, wo ist LT? Achso, achso, hier. Okay, ey, Jungs, sorry. Ja. Es fliegt sich so an, als hätte ich eine K.I. durch die Evolutionsschritte verfolgen. Nur, dass diese K.I. anscheinend nicht Götze lebt. Genau, was ich gebraucht habe. Bro, what? Shut the fuck up, ich lerne dazu. Was dagegen, wenn ich mir mal kurz Sageans Terminal ansehe? Vielleicht hat der Senator hier noch irgendwas, das wir verwenden können. Und mit wir meinst du Schmutz, den du für ein paar Kredits verkaufen kannst? Man kann für eine gerechte Sache kämpfen und trotzdem seinen Anteil bekommen, Kel. Ein paar Kredits? Was ist die Währung, Kevin? Ja, aber warum nehmen wir das nicht Kredits? Hört sich gut an, Kredits. Das heißt doch auf Englisch safe Kredits, oder? Oh. Oh, Bosskampf? Fragezeichen? Wo war der so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wohnt ich auch? Oh, das ist ein fliegendes Laserschwert? Ein Laserschwert droht? Holy shit, wer ist er? Winston? Ach, das ist eine Frau, neunte Schwester, okay. Das ist eine Sie, ja, ja, ich merk. Das bin alles ich gerade schon, Chad, das bin alles ich schon. Ich bin hier gerade schon im richtigen Moment, die Button. Das ist die aus dem ersten Teil. Ja, ich erinnere mich grob. Oh, ist sie dead? Boah, Gänsehaut an den Eiern. Schönen guten Tag. Ah, daneben, Bussi. Daneben. Achso, da gab es wieder keinen Fallschaden, ne? Ne, klar. Oh. Oh. Oh, shit. Die neunte Schwester. Ja, der Endomete, das ist eine Rappe, ja. Digga, was geht ab? Bayblade? Holy shit, das war knapp. Boah, was wäre es dick, wenn ich es schaffe? Alright. Okay, cool. Aber, ob das noch die der West? Oh, das war ein Sandgeschab. Hab ich sie? Oh, wir sind so kurz. Wir sind so kurz vorm Safe. Halte Y, wenn der Zweischwerterziel ausgewählt ist, um die meisten Angriffe, einschließlich Projektile, automatisch zu parieren. Oh. Ah, okay, das war der Finisher. Okay, ich hab ihn. Sie, sorry. Das hätt ich die first try gelegt. Okay, hier gibt es aus irgendeinem Grund schon wieder einen Checkpoint. Hm. Okay, vielleicht ist hier noch ein Boss. Schauen wir mal. Für dich ist jeder Gegner ein Boss. Oder für dich sind deine Mathe aus Aufgaben ein Boss. Hat mir deine Fresse. Erklär mal die Story. Zu kompliziert. Ist ja zu kompliziert, um das zusammenzufassen. Oh, das ist nicht so einfach. Das kann man jetzt nicht so zusammenfassen. So easy. Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bringe sie hier runter. Festhalten wir nicht. Oh nein, er hat Angst. Oh. Glattische German Wings Landung. So. Alright. All right. Geht euch diesen Ausblick an. Ist das ein riesiger Krater? Wow. Ich habe es so schön. Die Klippe bewachen, Einheimische erledigen und die Gegend genießen. An mir kommt niemand vorbei. Jedenfalls nicht ohne ein Einschussloch. Das ist so. Ich habe vergessen, wie geschwätzig die sind. Die Truinen sind so nice. Ich habe etwas gefunden. Ähm. Ähm. Bruder, du bist tot. Er redet einfach weiter, Bro. Oh, er ist einfach tot. Oh. 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 Okay, das war nicht so besonders schlau, aber egal. Ich glaube, das hier ist mehr Macht, oder? Du, ich bin nur ein... Eingringling. Ach, nee. Nee, es ist nur... Gräte. Ich bin nicht so besonders... Du bist gut. Ich bin nicht so... 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 Ich bin nur ein... nicht vermisst. Bro, der war, der war strong. Gibt es die auch in den Filmen? Die habe ich noch nie gesehen. Die waren so OP in CW. Was ist CW? Clown Wars? Ach, Clone Wars. War da dran, war da drin. Alright, ich hätte mal wieder Bock auf den Bossfight. Wow. Holy shit. Wow. Alright, hier ist die erste Stadt, glaube ich. Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Nö. Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen. Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört. Oh. Das stimmt, kleiner Druide. Die Sache hat das Zeug zur Tragödie. Da ist ein Boss, Chef. Wie fast alles auf Kobo. Okay, dann gehen wir mal rein, Freunde. Schauen wir mal. Ich sag, Tote werden in 10 Minuten auf 100 steigen. Junge, übertreib, Bro. Ich spiele das Game seit 3 Stunden, hab nicht mal 40 Tote. Als ob ich in den nächsten 10 Minuten so viel sterbe, wie in den letzten 3 Stunden. Alright. Das ist sicherlich nur ein großer Raum mit Loot am Ende. Richtig? Sonst ist hier nix. Ah. Oh, nee. Sag nicht, das ist eine Spinne, Bro. Oh, wer bist du, Bro? Disgusting. Holy shit. Okay. Oh, mein Gott. Ich hab das Gefühl, es passiert das, was bei der Kröte passiert ist damals. What? One-Shot? Wie kann es sein, dass der mich one-shot killt? Das fühlt sich ein bisschen schneller. Bro. Oh. Holy shit. Er ist so OP. Ich wusste gar nicht, dass meine Ex-Fronten so schnell sind. Good one. Oh, er ist so OP. Holy shit. Digga, das ist wirklich krass. Also ich muss ihn, ich muss ihn machen, ohne einmal getroffen zu werden. Der one-shotet mich, egal, was ich mache. Das ist wirklich crazy. Ah ja, moin. TG. Gut. Digga, ich wollte meine XP gar nicht haben. Danke, G. Guck mal her, pussies Bitch. War nur Spaß, war nur Spaß, war nur Spaß, war nur Spaß. Boah, Digga, der Typ fuckt ja ultra ab. Bro. Kajo, WCF. Wir brauchen keinen vier Deaths pro Minute oder irgendwie sowas. Was ist das denn? Was macht Kajo? Okay, wir haben good Damage. Nein, nein. Ja. Geh her, Kumpel. Geh her, Kumpel. BD. Verlaupte Scheiße, Mann. Hey, BD1. Pick. Nein. Oh mein Gott. Ich habe ge-greedet. Ich habe ge-greedet. Ich habe ge-greedet. Ich habe so ge-greedet, Bro. Aui, Aui, Autschie. Ticka, nice Boxer, Bro. Er soll den Randspringer machen. Boah, das wird nicht so ebend sein. Holy shit. Boah, let's go. Bro, sick. Ey, no joke. Ich dachte, wir brauchen länger hierfür. Boah, das Game ist wirklich gut. Ich feier es komplett. Es ist ein bisschen wirklich wie so Elden Ring oder so. Richtig geil. Okay, wir haben einen neuen Bonus erhalten. Was heißt das? Neuen Skilltree, oder was? Endlich haben wir in drei Bonus-Lots. Ich habe den Schutzmechaniken gegriffen. Viel Sledding, Mann. Chat ist, ha, 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 Bro. Es war nicht irgendeine Mechanik, die gegriffen hat, weil ich so verkackt habe. Shit, verkackt. Ah, alright. Geil. Das ist nice. Das ist sehr, sehr gut. Das ist diese, da ist immer so eine Leiste unter den Gegnern. Und wenn die sich aufbaut, dann sind die so, dann kann ich die angreifen. Und das geht schneller. Das ist ultra, ultra sick. Ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, ob es worth war dafür, eine Dreiviertelstunde oder so den Boss zu fighten. Aber cool. Wer weiß, vielleicht ist da unten noch ein Rancor. Du willst mich nur aufziehen, oder? Oder? Keine Belohnung? Keine? Will die mich verarschen, oder was? Was ist das für ein Scam? WTF? Digga, frech, Alter. Kriegen wir gar nichts. Okay, wir gehen in die Kantine. Ist das die Kantine? Digga, 6, 28. Ohne ich, ich stehe da wohl rausgeworfen. Oh, zu schlechte Tweets, leider. Ja, ja, grillt den Scheiß auf den. Naja, tötet den. Naja, tötet den. Naja, tötet den. Spielst du als Challenge ohne Hände, oder warum bist du noch beim Titorian? Ey, lass ihn los. Tötet ihn. Nein! Boah! Digga, 6, ich hab dich gerettet. Hahaha. Bro, dieser Frosch, Junge. Sorry, ausfahrbare Stange, Alter. Achso, er muss fighten, aber sein Chef verpisst nicht, oder wie? Nicht hier, nicht jetzt. Boah, Big Damage. Nö, nicht mit mir. Guck mal, das ist das, was ich meinte, Chat. Diese Leiste steckt jetzt viel schneller hoch. Oh, ich hab vergessen zu heilen. Ich hab keine Stimms mehr. Alles nur Glück, du kleine. Trash! Oh, oh. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Edler Jedi-Ritter. Wenn sie ihr Schwer zügeln, ziehe ich friedlich von dann. Verein. Wir haben keine Stimms mehr, ja. Okay. Tutorial Endsequence. Und bist du vor Durst kurz vom Tod? Trink bei uns, sei kein Idiot. Oh, nee. Chef Strohbild, Digga. Das wär Dreck. Komm in Pailunzalun. Was können wir für dich tun? Oh, nee. Was darf sein? Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Arbeitest du schon länger hier? Schon eine ganze Weile. Ich würde es nicht Arbeit nennen. Dafür bräuchten wir regelmäßige Gäste. Oh, nein. Feels bad, man, Bro. Hier kommt auch keiner vorbei. Ist wirklich Chef Strohbild. Alright. Cliffhanger. Was in dem Keller ist, werden wir morgen rausfinden, Chat.